Wir trotzen der Dunkelheit. Und nichts kann uns aufhalten. Also, da ist es. Halte wache, Junge. Willkommen meine Sturmtruppler. Na, hat euch mein überlänge Geburtstagsspezial gefallen von God of War. So, war schon eine Hausnummer, ne? So, wir machen weiter. Der Klavier-Wirra schon vorrennt. Gucken wir mal, dass man dranbleibt, dass irgendwas hochgeflohen hat, dass ich sehe, die Schatte. Seid, aber uninteressant. Das Lichter schafft offenbar mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Aha, aha. Wir können uns nicht bewegen. Warte. Die blaue Tür, wir sind da! Die blaue Tür, wo dann? Ah, da ist man da. Aber, da ist ja vorhin schon was hochgefloch. Mal kurz umgucken. Da haben wir doch schon mal gekämpft, oder? Er läuft langsam. Mir gefällt das nicht. Es gefällt. Die Tür, da ist kein Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Diese Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Hallo? Komm, wir suchen einen anderen Eingang. Hm. Schon wieder der Zwerg. Sindri? Mhm. Hey Sindri. Wir haben was gefunden. Oh, wirklich? Ich liebe gute Funde. Karte aktualisiert. Okay. Oh, sehr schön. Zum Geschenk. Wie immer. Hä? Ja, okay. Ich war blockiert. Irgendwie wollte Kontrolle nicht so wie ich. Ja, das verbessern. Wir haben Schiene verbessert. Sehr schön. Immer schön. Zeig verbessern. Sehr geht nett. Zauber. Geht auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Oh. Ihr habt einen Vergessenen getötet? Ja. Was? Schwierig? Ja. Ist das alles, was ich bekomme? Ja. Ja. Okay. Die Zwerge, ich weiß nicht. Irgendwie sind die komisch. Gehen wir vor uns an der Orte. Wir sind drin. War klar. War klar. Dann, Kindjaku! Dann mal los! Dann losgehen! Cool bleiben, cool bleiben! Cool bleiben, cool bleiben! Cool bleiben, cool bleiben! Was macht denn der? Im richtigen Moment ist shit... ja! 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 Gut, so ist der Cut. Nein, steh auf! Bis gleich. Gut. Da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, das Gelecke hat jetzt aufgehört. Schauen wir mal. Gut. 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 Oh Geh mir jetzt. Die Einungsfähigkeit ist Gold wert. Was ist jetzt passiert? Warum war es so hell? Ich bin so weit. Achtung, Feuer! Brauchst du Hilfe? Du bist da! Bereit? Nicht bereit! Noch einmal! Ding, ding, ding! Und... Und er hat Heilung! Wuhuhuuu! So... Wajo... Klappfluchtig! Dort werden wir auch festgehalten. Hier die wohl verbunden sind. Hm... Na, klasse! Der Winkel stimmt nicht. So stimmt der Winkel. Na, dann gucken wir doch mal rein. Na, was finden wir dann schönes? Irgendein weicher Stahl. Weich und Stahl. Hm... Im selben Satz. Ich denke noch mehr Sachen reingedeckt. Ne, dass ich doch was verpasst. Oh! Ah... Ah... Ich hab's gleich! Ha! Ha! Du bleib! Pass auf! Ah! Aaaaaaaaaaah! Ah! Vorsicht! Ha! 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 Die andere ist du nur... ... ... Sei konzentrierter. Muss ich schon die Wut hinsetzen. Verdammt. Keine Heilung drin. Schaut, das ist da wieder bewurzelt. Bewurzelt. Ah, du Hine. Äh, mehrere. Macht er. Ja, da müssen wir rüber. Alles Klo, alles Klo. Und dann wieder zurück hubscheln. Oh, wer hätte es gedenkt? Das wäre ein Winkler. Klo, ich muss noch mal zurück. Ja, die jetzt offen ist. Ja, eigentlich, wenn man so rein... Oh, 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 oh. Runen zwölf. Was haben wir jetzt eigentlich noch? Das haben wir auch. Runen sechs, Runen zwölf, Abwehr zehn. Abwehr fährt zehn. Ich wäre für das da. Ausrichtet. Sehr schön, sehr schön. Wir werden Heilung generieren. Wo ging es? Da ist er doch irgendwo geklettert. Immer schön umgucken. Immer umgucken. Hap. Hopp. Leute, Leute. Ich habe Handy hier. Moment, Handy muss weg. So, weiter geht's. What? Da, das Licht. Sie haben es mit dem Zeug bedeckt. Aber wozu denn? Da, noch ein Lichtalp. Was macht er? Oh, nein! Wieso töten Sie ihn? Er hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Wir treffen unsere. Konzentrier dich! Guten Tag! Wir würden doch gerne mitspielen. Feuer! Von links! Geht Feuer! Feuer! Von links! Geht rein! Der ist ein himmisches Wild! Was? Ja, schieß doch, Kleiner. Ja, schieß doch, Kleiner. Ja, schieß doch, Kleiner! Das Licht ist nahe. Such einen Weg hinein. Das ist jetzt doch ein Weg hinein, oder? Das hat geholfen! Da! Mehr Lichtbrücken! Folge mir! Folge mir! Und er steht aber schon an dem Punkt, wo wir hier müssen. Ja, schieß doch, Kleiner. Ja, schieß doch, Kleiner. Ja, schieß doch, Kleiner. Ja, schieß doch, Kleiner.